Herzlich willkommen zur Minecraft-Beggie mit der Julia. Hallo, dem Radha. Ein Wunderschön. Und mir. Hallo. Das ist super. Neue Sandwiches. Ja, super. Neue Sandwiches. Wer hat die gemacht? Ja, jawohl. Mit viel Liebe. Wenn die diese Radhas nicht wollen. Dankeschön. Mit viel Liebe. Ja, schmecken super. 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 So wie mit dem Bekannten und mir. Wir haben irgendwie immer zur Zeit das Wort Oha. Wir sagen wegen jeden Scheiß, wenn wir zusammen irgendwas machen. Oha. 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 Hm. Kann man halt auch so schön auf die Spitze treiben. Schon, ja. Oha. 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 So. Geht's schon los? Mhm. So, jetzt muss ich warten, bis der Käse hier fertig ist. Weil schlafen können wir gerade noch nicht. Richtig. Richtig. Jetzt nehme ich gerade erst früh morgens noch. So, das kann man so lange da mal reinpacken. Ich habe gesehen, dass jemand so ein Wasserbecken dort hatte. Kann man das Zeug vielleicht in einem Wasserbecken abkühlen? Das wäre ziemlich nice. Nice. Entschuldigung. Ich habe das Wort. Oder sogar super. Super nice. Super nice. Oh, das wäre imber. Super nice wäre richtig imber. Waren wir das auch geklärt? Boah, muss ich die Scheißdinger echt jedes Mal empfehlen? Okay, jetzt was dort. Two quests with unclaimed rewards. With blacksmith. Ach, du hast ein Bienenstöckchen. Ach, das... Habe ich doch gesagt, die kann... Ja, 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 ja. Aber ist das doppelt oder was? Wie doppelt? Du kriegst... Ich glaube, man kriegt zwei irgendwie oder ich weiß es auch nicht. So, Sandwiches sollten auf jeden Fall erstmal wieder reichen. Weil, weil, weil das Bienenhaus, das du gemacht hast... Mhm. Das wird in meiner Reihe irgendwie auch angezeigt. Das ist cool, da muss ich das nicht mehr machen. Boah. Nice. Ja, ich habe einfach geguckt, was gibt es für Quests und welche kann ich machen, die nicht ganz unmöglich sind. Kann schon sein, dass ich das da raus habe. So. Cutting, cutting. Damit ich auch mal eine Quest gemacht habe, ne? Ich habe auch schon eine ganze Quest gemacht. Nee. Ach, wer redet von dir? Niemand mag mich. So. Warte, welche Kiste soll ich das Zeug packen? Was hast du? Also die Bienen kann man hier irgendwie in die Dinger... Ich habe mich da noch nicht mit befasst. Ich habe die einfach dahingestellt. Zwei, drei, so. Können sie halt in die Ecken stellen, keine Ahnung. Können wir zwei machen? Ich habe da mal eine Biene reingesetzt. Sogekriegt? Eine Modest Princess. Ja, ich habe die drei genommen halt. Wie wir es halt ausgemacht hatten. Ja, ich habe die... Ja, ich weiß gar nicht, ob die Forest Princess die zwei war. Ich habe nicht mehr aufgepasst. Ich habe einfach irgendwas, was vernünftig klingt. So. Dadadadada. Du guckst so viel Werbung. Nein. Weidenholz, Scheid und ein Weidensetzling. Oha. Das ist gut. Zwei, drei, nein. Zwei. Zwei, drei, vier. Fertig? Nee, ist nicht fertig. In zwei Stunden ist es fertig. Eins, zwei, drei, vier. Wie lange dauern zwei Stunden? Ungefähr zwei Stunden. Ungefähr zwei Stunden. Okay. Sind jetzt um. Weißt jetzt Bescheid, ne? Wir haben jetzt Stunde 15. Eine Stunde ist schon um. Vier, da runter. Zwei. Da, 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 da. Eins, zwei, drei, runter. Zwei, eins, zwei, drei. Hier auf jeden Fall runter. Wir sind immer noch in Stunde 15. Zwei, drei. Hier runter. Passt. Zwei runter. Zwei runter und dann umzu und dann haben wir wieder drei. Jo, das passt. Ich hab schon wieder mein ganzes Gabbo verbraucht. Ist das nicht doof? Mal gucken, ob ich das jetzt hinbekomme. So, jetzt brauche ich hier noch die weißen Steine. Oh, endlich mal was, dass nach ein bisschen was aussieht hier. Was ist denn ein Bienenhaus? Mhm. Auch mein Haus gefällt dir nicht, oder was? Das ist ja noch nicht fertig. Das dauert ja auch. Also, gefällt mir das von der... Ja, ich weiß. Was gefällt dir nicht? Doch, das gefällt mir schon. Ich seh dich. Ich hab mich auch eingemischt. Ich seh dich. Außen, außen würde ich hier an der einen Stelle dann noch einen, weißt du schon? Was denn? Wo denn? Stützbalken, irgendwann. Ja, schon hier in der Ecke. Stützbalken. Ja, halt so eine Säule runter. Aus dem schwarzen, oder was? Hätte ich gesagt. Dann mach das brauner Weg, ich hab noch schwarze. Du meinst so. Ja, genau. Komisch. Ich hab nicht mehr genug fürs ganze Haus. Und hier hinten würde der da auch im Wasser stehen. Glaube ich. Ja gut, hier werde ich spät erdefarben und das dann hier voll machen. Aber jetzt werde ich dann erstmal Sticks noch machen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hinter diese ganze Sandbank oder Insel hier war, komplett dafür benutze. Wir haben hier unsere Landmasse sowieso vervierfacht, glaube ich. Ja, oder auch noch mehr. So, das war Basalt, ne? Ich muss aber erstmal hier jetzt wieder Kreide suchen. Erstmal muss ich mir noch ein Sandwich zwischen der Birne hauen. Ich hab ja ein paar gemacht. Das ist gut. War nicht so schlimm, wie du jetzt wieder dachtest, dass es ist. Ja gut, kann ich denn wissen, wie viel... Ach, die Sonne geht ja schon wieder unter. Jetzt will ich grad losrennen, um Kreidestellen zu fahren. Und dann sehe ich, wie hinter meinen Baumstämmen, die ohne Blätter da noch stehen, die Sonne langsam am Horizont sich nach unten bewegt. Okay. Ich wollte den Satz noch länger bauen, hätte ich mich nach dem Satz schlafen legen können, aber es hat doch nicht ganz gereicht. Ich hab nicht genug dumm labern können. Irgendwie klingst du wieder Optimus Prime. Dabei haben wir hier gerade gar keine Optimus Voice dabei. Er leckt manchmal ein bisschen. Gute Nacht. Ich hab befürchtet, dass das kommt. Gute Nacht. Jetzt wird wahrscheinlich alles kalt. Ja, wusste ich doch. Ach, das ist kacke. Das Schlafen-Gene nervt dann immer, oder nicht? Wenn man dann... In so einer Situation müsste man halt mal sagen, okay, dann warten wir halt einfach. Ja, nee, 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 passt schon. Ist nicht schlimm. Das schaut ja interessant aus, dass das hält. Mach die einfach neu. Kein Problem. Ich will wenigstens was zu tun. Aber manche Sachen kühlen halt dann aus. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Ja. Aber da ich sowieso die Sachen dann wiederum noch mal... wahrscheinlich noch mal heiß machen muss und so weiter, ist es jetzt auch schon wurscht, ob ich die dann jetzt... mehrmals... machen muss oder nicht. Gott, die Kühe. Ach ja, wer kümmert sich jetzt um die Kühe? Keiner. Muss man doch nicht irgendwas tun? Pst, wenn du weißt was? Dann... Nö. Dann mach, wenn du es weißt. Aber wenn nicht, dann, äh, nicht. Ich will dich irgendwie füttern, oder sowas? Tja, ähm... Au, 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 au! Ja, da das eine noch flüssig ist, kann ich da momentan nichts damit machen. Dahinten ist das wahrscheinlich abgebildet. Ich mein, die hat ne bessere Idee. Ob ich das noch verarbeiten kann? Mh, das können wir auch mitnehmen hier. Ne, kann ich verarbeiten, okay. Aber dann kann ich ja mal testen, ob das funktioniert mit ins Wasser schmeißen zum Abkühlen. Hast du ein Planschbecken gebaut? Ja. Und wieder Mücken! Ja, die sind wieder total ekelhaft heute. Die sind wieder echt überall. Na vollen Beischwärme gleich. Ne, das funktioniert nicht. Schade. Und dann denkst du mir, da sind noch welche. Ja, das ist die Mücken. Das ist mehr wie nur nervig mit denen. Gruselig ist es, wenn du einen Baum pflanzt und das Geräusch vom Pflanzen als Zeitverzuger danach kommst. Du denkst, what the fuck, wer ist hinter mir? Warte mal. Die Blue Marie. Ne, wie heißt das Ding nochmal? Blue Marie, oder? Die Blaumarie. Melz. Ah ja, genau. Achso, nee. Achso, nee. Achso, nee. Achso, nee. Achso, nee. Piraten trinken Ruhm. Piraten haben Säbel und schießen mit Kanonen. Boom, 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 boom. Okay. Der Text geht so. Ja. Ja, ich kenn das Lied. Ich hab das schon mal, irgendwann hab ich das mal gehört. Vor allem dauert das nicht. War bei mir mein Mix der Woche. Ich denk mir da, wuh, wie kommt man, aua. Das dauert, bis man das drauf hat, die Texte, also. Gar nicht so einfach. Ich kann Texte nie, also. Ich war immer froh, wenn ich mich in der Schule vom Auswendiglernen drucken konnte. Ne, Auswendiggenpeed. Ich hab das abgeblüßt, weil sonst sind sie wieder unterschiedlich warm, hier die Dinger. Das darf ja nicht sein, wenn du dich warm. Ich, hey, 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 hier hin. Oh, Mücken. Das dürfte schon passieren. Also es war noch, es war einfacher, als ich mein ganzes Baummuster halt irgendwo zusammengeklaut habe und nicht alles herstellen musste. Ja. Aber warum will ja auch ein bisserle quäste? Upp, ne, so weit bin ich noch nicht, dass ich da wieder quäste. Hast du heute irgendwie Internetprobleme, Radha? Eigentlich nicht, wieso? Weil du lagst immer wieder im Team Speck. Team Speck. Team Speck. Team Speck. Ja, Mann. Ja, du lagst ab und zu. Nein, du brauchst es uns auch nicht nochmal demonstrieren. Hm. Eigentlich... Eigentlich ist alles richtig. Ja, es ist nur ab und zu. Es ist nicht immer. Keine Ordnung, wasch da los ist hier. Fing ich los. Ein Vorteil hat der Winter. Ich muss hier nicht rumklettern und schwimmen. Ich gucke gleich mal zwischen den Aufnahmen gleich, dann muss ich mir noch gucken gleich. So, in zwei Minuten quasi. Du hast halt immer leichten Paketverlust gerade. Das ist aber doof, ich brauche meine Pakete alle. Ja. Da krebs gerade bei 3,8 Prozent rum. Hm. D, 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 d. Habe ich schon wieder 3... Jetzt habe ich ein Ohrwurm, ich hasse euch. Ich habe schon wieder 3 Schüssel verbraucht und jetzt. Zwei-Ohr-Bürmer gleichzeitig ist bescheuert. Ist das ein Schüssel? Ja, genau. Ich bin heute sehr anfällig für sowas. Das ist okay. Also so gemeint will ich nicht. Aber es gibt einen ganz schlimmen Ohrwurm, den wird man nicht los. Der ist schrecklich. Sag an. Ja. Mila. Nee, besser als noch Ah-Haus in the middle of the street. Nee, das ist so schlimm. Oh, doch. Ich hab mir mal zwei Wochen von Mila. Mila kann fliegen. Wenn ich die ganze Serie durchgeguckt hab. Irgendwann ist sie ein Superstar. Ich hab das hier auch nie geguckt. Viel schöner. Nie geschaut. Da können wir ja auch nix tun. Ich hab grad nix. Das gucken so Leute, die wie die Free-Pokémon-Zeit, Alter. Ich hab n' riesen Problem. Die Folge ist in circa 30 Sekunden vorbei. Ja. Ich hab jetzt euch, dass ich schmieden muss. Ja. Das muss ich jetzt noch ganz schnell machen. Ja, aus 30 Sekunden. Nee, nicht neu, dass wir nix. Das ist toll. Meinst du, du willst sagen, es ist nicht neu, dass wir überziehen? Mhm. Aber deswegen wäre es absichtlich, sonst wissen wir das ja nie. Das ist schon ein Unterschied, würde ich sagen. Wir haben es schon öfter absichtlich überzeugen. Ich weiß jetzt. Warte mal. Biegen, schrumpfen, stanzen. Stanzen war nach vorne. Biegen, schrumpfen, stanzen. Biegen, schrumpfen, stanzen. Biegen, schrumpfen. Ich muss neun Mörtel herstellen, gleich mal irgendwann. Die Folge ist eigentlich schon um, ne? Aber mach du mal noch weiter. Kann ich gleich nach meinem Paketverlust gucken. Kommt davon, wenn du gewisse Dienstleister in Anspruch nimmst, ne? Jetzt ist es nun mal heiß genug. Egal, pass schon. Mach ich nachher weiter. Dann, äh, dankeschön fürs Zugucke. Bis nächstes Mal. Tschö. 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 Tschö.